Damit seid gegrüßt, mein Name, Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodom zu einem neuen Projekt. Ich weiß nicht, ob es ein Projekt wird, aber es wird erstmal ein erster Part von einem, nun ja, nicht ganz so ernst gemeinten Projekt. Ja, nennen wir es Projekt. Ich spiele heute ein Spiel, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon aus dem Titel und aus dem Thumbnail gesehen, warum mache ich hier überhaupt irgendwelche Überraschungsbilder, irgendwie einen Aufwand hier für das Spiel, wir spielen heute. Genau, ich freue mich drauf, nicht. Und ja, starten wir das Spiel, ich werde es mal antesten, ich habe es mir ja für den Vollpreis im Laden gekauft, warum auch immer, ich fand es halt irgendwie saulustig und also in meinem Kopf war es eine gute Idee, mal das Spiel zu spielen und vielleicht mal eine Let's Play-Reihe draus zu machen und, äh, was, äh, fragt mich nicht, egal. Und wir spielen heute den ersten Part von Hello Kitty, Happy Happy Family. Ja, und damit offiziell nochmal, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einem sehr nervigen, sehr kitschigen und sehr verrückten und, äh, ja. Ja, ich vermute auch sehr schlimmen Spiel von der Spielereihe Hello Kitty. Ja, und die Stimme geht mir jetzt schon auf den Keks. Ich mache es mal ein bisschen lauter, damit es mir noch mehr auf den Keks geht. Jetzt haben wir hier zwei Optionen, unten auf dem Bildschirm, Start und Settings. Ich klicke natürlich mal auf die Settings und guck mal, was man da machen könnte. Let's change the settings. Jo. Which settings will you change? Äh. Language Settings, 3D Settings, Rosette Save Data und die Credits. Oh, die Credits gucken wir uns ganz zum Schluss an. Da gucken wir, wer daran schuld ist. Ähm, Language. Language Settings. Ja. Mit dem Deutsch. Ja, danke. Berühre den Ort, den du besuchen möchtest. Let's go shopping with Papa. Okay. Let's help Grandma cook. Jetzt haben wir hier die Optionen, die wir machen können. Let's make something with Grandpa. Jetzt haben wir jetzt sechs Möglichkeiten, wie wir spielen können. Ah, okay. Let's go to Hello Kitty's room. Ah, okay, ist klar. Ne, ist klar. Ja, okay. Sechs Optionen. Ähm. Mir ist, äh, ja, ist mir zu viel Auswahl. Ist mir deutlich zu viel Auswahl. Ich, ja, wie soll ich mich denn entscheiden? Ich glaube, ja, let's, let's do something with Grandma. Mein englisches Underworld. Pick. Mein englisches Not the Yellow from Zack. Ich, ja, komm, wir spielen mit Opa. Ja, und ich will, dass du aufhörst zu labern. Die Stimme ist sowas von nervig. Meine Fresse. Spielen wir's. Alright, let's do this. Wir sind hier, um Grandpa zu helfen. Okay, jetzt haben wir hier eine breite Auswahl an Sachen, die wir machen können. Und kann diese Stimme mal nicht drunter aufhören zu reden. Denn, alter, krieg ich hier noch einen Nervenzusammenbruch. Naja, Nervenzusammenbruch krieg ich nicht, aber, alter, das nervt. Diese Stimme. Ha! Äh, ich klicke mal hier drauf. Lass uns Möbel zusammenbauen. Sammenstellen steht dort. Ähm, okay. Da unten steht, lass uns mit Opa Möbel zusammenstellen. Eine Anleitung wird auf dem 3D-Bildschirm angezeigt. Benutze den Touchpen, um die Stücke passend zur Anleitung zu ordnen. Ähm, jetzt haben wir den einfachen Modus als Auswahlmöglichkeit und den schweren Modus. Äh, ich glaube, wir probieren es einfach mal schwer aus. Also, er braucht einen leichten Modus hier. Äh, okay, komm, wir sind mal ganz hart hier. Nein. Ja, genau. Ähm, toll. Ähm. Ja, das ist, ja, das ist es. Amazing. Das ist nicht es. Ja, das ist es. Just like that. Amazing. So, nice. Alter. Amazing. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Just like that. Amazing. Ein Kinderspiel für kleine Kinder zum Kennenlernen von Bausets oder was auch immer. Amazing. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Just like that. That's not it. Oh, that's amazing. Just like that. Just like that. Ich wollte mal daran erinnern, dass das der harte Modus ist. Ähm. Yes, 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 that's right. Genau, ein Tisch. Haben wir den ganzen Garten zusammengebastelt hier oder was? Amazing, amazing. Yes, just like that. Na, Spitze. Wir können es tun. Yay. Glückwunsch, du hast es perfekt geschafft. Congratulations. Ja, so gut die Goldkrone. Die Goldkrone. Perfekt. Toll, gut und schlecht gibt es. Wie, das kann man schlecht machen? Wenn wir das mal versuchen, einfach mal das Schlecht zu machen. Alter, ja. Ja, nice. Ich bin perfekt. Ach, meine Fress. Was soll ich dazu sagen? Und weiter geht's. Du hast einen Belohnungssticker erhalten. Ja, toll. Ähm. Kann ich mir in mein Poesiealbum kleben. Kann ich mir heute erfolgreich in mein Tagebuch schreiben. Bei Hello Kitty. Happy Happy Family. Erfolgreich. Gartenmöbel zusammengezimmert. In weniger als zwei Minuten. We're here to help Grandpa. To play a different stage. Alter. Halt. Deine. Aaaaaah. Och, Mann. To search for mistakes in the pictures, touch the canvas. Kann man hier irgendwo irgendwo die Stimme rausstellen? Spracheinstellung, 3D-Einstellung, Speicherdaten zurücksetzen. Ne, kann man nicht. Scheinbar kann man die Sprache umstellen, aber der Sprecher bleibt trotzdem Englisch. Und bleibt so nervig, wie er ist. Alter. Leck mich doch am Arsch. Vielleicht kann ich ja jetzt endlich mal Englisch lernen bei diesem Spiel. Ja, vielleicht ist das dazu mal gut. Ja, Englisch lernen gerne. Auch super gerne, aber ja, bitte bloß nicht mit dieser schönen, mit dieser wundervollen himmlischen Stimme hier. Das ist also, da würde ich mal eine andere Lärmstimme bevorzugen. Hello Kitty. Alter. Alter, diese Stimme, diese Stimme. Ich bring den Synchronisator um. Alter. Alter. Halt dich. So ist fertig. Dankeschön. So, den Tisch muss ich jetzt auch noch machen. Alter, wer sucht sich denn diese Farben aus? Das ist doch, Alter. So ein krass. Guckst du dir diese Möbel im Garten an? Das ist, also Emma, gehst du raus auf die Verande und siehst so ein scheiß Möbelstück. Das willst du doch, denk mal über den Zaun werfen. Emma, holst du ordentlich aus und wirfst den einfach zum Nachbarn in den Garten rein. Das ist doch einfach mal, wie hässlich die aussehen. Kässlich. Yes, wir haben es geschafft. Nice. 23 Sekunden hatten wir noch. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Echt, oder? Ja, Glückwunsch. Alter. Alter. Ich mache noch ein bisschen weiter. Das ist, wir erarbeiten, wir ernten heute das ganze Ding hier vom Opa ab. Der hat da noch ihren ganzen Garten voll zu tun hier. Wir machen hier natürlich Kinderarbeit hier. Ich spiele ja scheinbar irgendwie einen von diesen zwei Kätzchen dort ein. Ich glaube, den mit der roten Schleife spiele ich, oder? Ich glaube, ich ist relativ egal, wen ich spiele hier. Halt die Schein! Ich mache noch ein bisschen Pinseln. Fehler im Bild finden. Was? Ein Wimmelbild? Ach du Schande. Nein. Das mache ich doch am liebsten. Lass uns mit Opa Fehler im Bild finden. Es gibt ein paar Entschiede zwischen dem Bild auf dem 3D-Bildschirm und dem Bild auf dem Touchscreen. Benutze den Touchpin, um die Fehler zu berühren. Ach so, ich habe jetzt das obere Bild und das... Dann merke ich mal das obere Bild. Sechs Fehler finden. Ah, okay. Nee, ist klar. Was sind denn da Fehler? Ach ja, das hier. Da ist ein Fehler. Okay. Okay. Easy. Ach, das ist es nicht. Nach dem Spiel gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, wie das hier ausgehen kann. Also, irgendwie suche ich mir die... Suche ich mir die Entschiede aus und tu mir nicht immer Sachen an. Mir ist natürlich nur Spaß. Das ist... Das wisst du doch oft nicht. Ein zweites Jahr, das wird dann wahrscheinlich eher so sein. Das ist mir selbsthaft. Das ist Antiole. Das ist... Alter. Das geht doch nicht mehr. Das ist... Alter. Versuch mal. Hey! Warst du schafft oder was? Mir fehlt noch was. Das ist zu früh gefreut. Ich dachte, das ist ja an dich vorbei. Du hast jetzt toll gemacht. Haben wir ein Silberkrönchen bekommen. Ah, schön. Eine Belohnung. Ein Belohnungssticker. Toll, gib her. Du hast ein Kleidungsstück erhalten. Ach du Schande. Lass mich in Ruhe. Diese Stimme. Ich werde heute Nacht Albträume haben. Ich werde solche Albträume haben. Ich werde heute... Ich lege heute Abend im Bett und... Alter. Alter, diese Stimme wird mich in den Schlaf verfolgen, es ist einfach... Player in the Heart Mode, ist klar, wähle viele blaue Blumen Wähle die roten Blumen, ja, nice Wähle die kleinen Blumen, nice Haben wir jetzt hier noch irgendwas nicht erledigt, was wir noch erledigen könnten Lass uns ein Blumenbild anlegen Okay, das machen wir jetzt noch und dann wende ich diesen Scheißbraut hier, das ist halt auch schwer Player in the Heart Mode Ach, diese Possess, ach diese Possess, ach die mag ich, die liebe ich doch Ich kann das nicht, ja doch, scheinbar kann ich, ich hab's hingekriegt Alter Ich will nicht mehr, Mami, ich will nicht mehr Warum? Spüre das starke Bedürfnis, mir weh zu tun Nach diesem Spiel So, wir haben einen von sechs Spielbrettern, also Spielzügen oder Spiele, was auch immer, abgehakt Und wir haben dem Opa heute erfolgreich geholfen Ja gut, ähm, das war schonmal ein guter Erfolg Und du hältst jetzt endlich mal diese Schnauze Ich geh mir jetzt mal den Melonenschaber holen und schab mir jetzt mal die Augen aus Von diesen wunderschönen Bildern Und dann kratze ich mir die Jorn aus, dann reiße ich die mir vom Kopf runter Das ist, diese Stimme, das ist Ich geh mich einfach jetzt selbst ausschießen Und dann, ja, sehen wir uns nicht im nächsten Video Däumchen nach oben, ne, nicht Däumchen nach oben Das hat euch nicht gefallen Ich wüsste auch nicht, warum ihr irgendwie ein Abo da lassen sollt, also Habt euch wohl, ach lasst mich doch in Frieden Hau drinnen Ciao, ciao Jetzt, aus hier Aus Weg damit Meine Fresse Ciao, ciao 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 Ciao